Ich grüße euch zum ersten Teil Langsam Gesundheitsform. Es geht jetzt los mit den Erklärungen. Wir stehen schulterbreit, Hüfte, Knie, Fuß sind in einer Kraftlinie, Beine sind locker gestreckt, die Hände sind an der Hosennaht. Mittelfinger dreht, 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 dabei das Kreuzbein ein bisschen loslassen, Schulterhöhe, dann Schulter, Ellbogen loslassen, Fingerspitze bleiben weiterhin auf Schulterhöhe, Armspirale nach unten, Handteller parallel zur Erde. Hai Chi am Anfang, die Fingerspitze gehen nach 45, dabei sinken, in der Mitte nach rechts, Fußspitze nach oben und schließen. Daumenwurzel ist zur Nase, der Ellbogen zur Schulter. Mittelfinger dreht, die Armspirale ist rund geöffnet. Diese Seite, Mittelfinger dreht, bis sie nach oben, und das Ganze gleitet hier am Unterarm entlang. Ich zeige es von der Seite. Mittelfinger dreht, die sind nach oben, jetzt Hand kommt wieder hoch, Daumenwurzel gucken, Tal dreht, Daumenwurzel zur Nase. Das Ganze noch mal aus dieser Perspektive. Tai Chi am Anfang, Schulterhöhe, Handteller fuß, Daumenwurzel zur Nase, Ellbogen ist locker zur Schulter. Vogelschwanz, Schulter, Ellbogen entspannt, Mittelfinger ist zum Hals, Ellbogen zur Schulter, Ellbogen zur Schulter. Ganz locker. Dann das Handgelenk ein bisschen loslassen, sinken in der Hüfte, nach vorne, Talie dreht, Hand kommt vor die Schulter, Mittelfinger dreht, Daumenwurzel zur Nase, eine Hand dazwischen, Talie dreht, mit der Gerade, Mittelfinger dreht, Talie, Fuß 90, zweiter Fuß ein bisschen loslassen, sinken in der Hüfte, Gogo, Fünffinger, Ferse zurück, Talie, Hüfte, Mittelfinger, Hand, Mabo, Bisschen in der Hüfte sinken, Kreuzbein ist lang, ganz entspannt nach unten, verwurzelt stehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020